Multiscreen Step 2. Und warum soll das so einfach nicht sein? Also habe ich doch eben selber gesagt, man entwickelt sich halt und Hauptsache es funktioniert. Ja, aber hier müssen wir jetzt doch wirklich etwas tiefer ausholen. Und wir müssen über den View Lifecycle reden und wir müssen über Initialisierer und vor allen Dingen Deinitialisierer auch mal ein Wörtchen reden. Um jetzt zwischen unserem, ja um auch mal auf unseren neuen View Controller irgendwie dem Orangen hier programmatisch irgendwie zugreifen zu können, brauchen wir eine Klasse. Eine Klasse, die wir hier diesem Orangen View Controller hinterlegen. Genau wie ja bei dem ersten View Controller Apple schon diese Klasse hier mitbringt. Naja, ist gar kein großes Problem. Wir gehen in unser Projekt, rechte Maustaste, New File. Was darf es denn sein? Wir hätten gerne eine Cocoa Touch Class. Weil alles, was UIKit auf dem iPhone ist, ist Cocoa Touch. Ja, hat halt Apple so genannt. Kann ich ja auch nichts dafür. Was hätten wir denn gerne? Wir hätten gerne eine Klasse für einen UI View Controller. Wie soll unsere Klasse heißen? Wir sind mal einfallslos und sagen, das ist die Klasse Orange View Controller. Das ist eine Subclass eines UI View Controllers und ist in Swift gemacht und ist eben der Source, der hinter hoffentlich unserem Orangen View Controller irgendwann landet. Drücken wir dazu mal Next. Speichern hier im Step 2 Multiscreen auch die Sache ab, wo sie hingehört. Also unser neues Source Code File. Drücken wir Create und wir haben, voila, eine Orange View Controller Punkt Zwift Datei. Und hier sehen wir schon ein bisschen was Vertrautes. Class Orange View Controller, Extents, UI View Controller. Da kennen wir uns doch schon fast mit aus. So, wir sind zunächst mal wieder so frei und schmeißen weg, was wir im Moment nicht brauchen. Und in dem anderen Beispiel schreibt Apple das so, ohne Leerzeile, ist ja auch egal. Wir wollen jetzt, wenn der Orange View Controller in ViewDidLoad läuft, dass mal eine Ausgabe auf der Konsole gemacht wird. Haben wir uns nämlich auch noch nicht mit beschäftigt. So kommt eben eins zum anderen. Also, und dann wollen wir doch mal mit Print auf unserer Konsole ausgeben, dass wir in der Klasse Orange View Controller jetzt in der Methode ViewDidLoad uns befinden. Prima. Jetzt gehe ich gleich einen Schritt weiter und würde euch eine neue, coole Methode vorstellen. Die Init-Methode, die haben wir schon gesehen bei unserem Rechteck, bei unserem Auto. Nee, nicht beim Rechteck, stimmt. Aber es gibt auch ein D in it. Ja, es kann nämlich auch etwas aufgerufen werden, wenn eine Instanz aus dem Speicher entfernt wird. Wenn man sie nicht mehr braucht. Und Speicher ist immer ein Problem auf iOS-Geräten. Wir haben zwar jetzt in so einem iPad Pro 12,9 Zoll wohl 4 Gigabyte. Aber ihr wisst es, euer MacBook oder was auch immer ihr habt, wird eben 8 oder 16 haben. Vielleicht habt ihr einen fetten iMac mit 32 Gigabyte. Also Speicher hat ein PC immer noch mehr als iOS-Devices. Und wenn jetzt so ein View-Controller mal richtig dicke Dinger macht, wie 1000 Bilder aus Flickrladen und so, und den Speicher nicht freigeben würde, hätten wir früher oder später ein Problem. Deshalb hier mal ein D in it. Und ein D in it soll jetzt für uns auch mal etwas ausgeben. Orange View-Controller, ja, hier D in it. D in it. Ja, ist eigentlich keine richtige Method. Ihr seht, da fehlen die Klammern. Es ist halt der D initialisierer. Okay, was haben wir gemacht? Wir haben ein Stück Quelltext hinzugefügt. Rechte Maustaste, New File, eine Cocoa Touch Class. Haben gesagt, mach uns einen Orange View-Controller, der einen UI-View-Controller extendet und speichert den in unserem Projekt ab. Weiß damit unser Storyboard schon, dass hinter diesem View-Controller, dem Orange View-Controller-Scene, dass da die neue Klasse liegt. Nee, woher denn? Müssen wir sagen. Wie sagen wir das? Mit dem Identity-Inspektor. Genau. Also wir klicken unseren View-Controller hier an, gehen auf den Identity-Inspektor und sagen, liebe View-Controller-Szene, hinter dir liegt die Klasse Orange View-Controller. Na, und das ist doch schon klasse. Und jetzt seht ihr auch hier schon was. Jetzt ist das nämlich die Orange View-Controller-Scene. Und das ist die View-Controller-Scene. Das heißt, das, was vor dieser Szene steht, ist der Name der Klasse und Zwift oder naja, Xcode 9 ist so sexy und clever und da, wo Groß-Kleinschreibung ist, macht ja noch ein Leerzeichen davor. Super cool, oder? Also, wir haben jetzt unseren View-Controller, den wir hier auf unser Storyboard gezogen haben, mit einer Klasse in Verbindung gesetzt, die wir in unser Projekt gerade hinzugefügt haben. Oh, cool. Und Leute, ihr könnt gerne meine Videos schauen. Freue ich mich. Dafür sind sie gemacht. Fangt aber auch irgendwann an und setzt euch selber an euer Xcode. Es kostet nichts. Der Download ist frei. Eine Apple-ID ist frei. For free, meine ich. Und macht's nach. Setzt euch hin. Greift in die Tasten. Ihr könnt 100 Bücher über Schwimmen lesen und Videos dazu schauen. Wenn ihr das erste Mal dann ins Wasser geworfen werdet, ist die Chance nicht schlecht, dass ihr Probleme haben werdet. Tastet euch ran. Fangt an zu schwimmen. Macht Xcode auf. Macht's mir nach. Ja, so. Hinweis genug. Nun haben wir also einen View-Controller mit einer Klasse. Ist bestimmt länger als sieben Minuten, aber angucken müssen wir es uns trotzdem. Denn wenn's klappt, haben wir ja eine Konsole-Ausgabe, wenn ich vom Pink-View-Controller auf den Orange-View-Controller mit diesem Button hier wechsle. Das war ja der erste Teil der Übung und das wollen wir uns natürlich noch anschauen. Und hier ist unser Pink-View-Controller, der überhaupt nur View-Controller heißt. Ich habe ihn ja nur pink eingefärbt. Und jetzt drücke ich lang geredet den Button. Zack. Und wir sehen super sexy. Orange-View-Controller View-Did-Load. Wow. Wir sind in der View-Did-Load-Methode vom Orange-View-Controller. Orange-View-Controller. View-Did-Load. Hier ist unser Print. Ist auf der Konsole ausgegeben worden. Kurz was zur Konsole. Die könnt ihr hier oben rechts komplett ein- und ausschalten. Sie hat wiederum zwei Teile. Einen variablen Watch-Bereich, den ich ein- und ausschalten kann. Und eben einen Konsol-Bereich. Und normalerweise sind immer beide Sachen sichtbar. Also im Moment reicht uns das ja auch. Gut. Ja, dann müsste doch eigentlich, wenn ich zum Pink-View zurückgebe, doch auch der D-Init aufgerufen werden, oder? Pink-View. Hm. Der D-Init wurde nicht aufgerufen. Ei, ei, ei. Was passiert, wenn ich auf den Orange-View gehe? Wieder View-Did-Load. Verdammt, da stimmt doch was nicht zurück. Kein D-Init. Wieder hin. Ja, und ich kann euch sagen, was da nicht stimmt. Der D-Init wird nie aufgerufen. Auf unserem iPhone mit dieser Art der Storyboard-Programmierung legen wir wie Karten immer einen View-Controller über den anderen. So lange, bis uns der Speicher ausgeht und die App crasht. Und das darf nicht sein. Da gibt es aber sicherlich Rezepte. Und wie die aussehen, schauen wir uns dann im nächsten Video an. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.